Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am gestrigen Sonntag hat sich der Medienprofi wieder einmal per Blogpost zu Wort gemeldet. Dieser Blogpost ist relativ lang und er hat einiges zu erzählen. Wir werden diesen Blogpost jetzt gleich durchgehen, das Geschriebene einmal ein bisschen sacken lassen und ich habe vielleicht zu dem einen oder anderen Absatz, den er dort verfasst hat, etwas zu sagen. So viel vorweg, es ist viel von dem, was wir schon kennen. Provokationen, Widersprüche, aber auch gern mal eine Lüge und utopische Pläne, die irgendwie nicht richtig ausgereift und durchdacht sind. Wir schauen das Ganze bei Katalea, denn sie hat den Blog vorlesen lassen von einer, wie ich finde, sehr angenehmen Stimme. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in den Post und hören, was der Medienprofi zu verkünden hat. Einfaches Marketing. Geh her und schwür den Hass der Hater. Denn die Hater sorgen dafür, dass da mehr Leute auf seine Videos zugreifen, eben weil sie es negativ oder positiv bewerten, was in dem Sinne völlig irrelevant ist, weil das Ganze das Zeug steigert. Es ist jetzt fast einen Monat her, dass ich angekündigt habe, dass ich für ein Jahr aussteigen will. Etwas spezifischer wäre, dass geplant ist, dass vor dem 01.01.2025 nichts kommen soll, mit wenigen Ausnahmen. Nun bin ich seit eigentlich schon diesem Tag 19.03.2024 komplett off und nur noch im Discord anzutreffen. Hier muss ich direkt mal einhaken, das ist so ja nicht richtig. Es gab da zwar eine Ankündigung, aber er hat ja zum Ende des Monats März ja noch einen Podcast rausgehauen. Auf Odyssee, der hier damals auf dem Kanal auch besprochen wurde. Also er ist drei Wochen offline gewesen, in Form von kein Stream, kein Video. Er hat damals ja auch gesagt, dass der Blog aktiv bleiben wird, weil er da vielleicht hin und wieder etwas posten wird. Diesen Weg hat er sich ja offengelassen. Der ist soweit auch nicht zu kritisieren. Aber dass er behauptet, nunmehr einen Monat offline zu sein, das stimmt ja so schon mal nicht. Obwohl ich jetzt schon nur da anzutreffen bin, gibt es dennoch wie zu erwarten war und womit ich gerechnet habe Aufnahmen, in denen wieder mit KI und AI Lügen verbreitet wurden. Ich will aber hier nicht auf die zu erwarten gewesenen Lügen hinaus. Mit KI und AI generierte Aussagen seinerseits, die gelogen sind. Und ich kann hier nur vermuten, dass er auf den Discord-League hinaus will, wo er sich wieder über Kinder ausgelassen hat. Ihr werdet euch erinnern. Daniel vom Kanal Verhörzimmer hat diesen veröffentlicht und viele haben den dann auch besprochen. Nein, da glaube ich nicht dran, dass das eine KI sein soll. Denn es gibt mittlerweile sehr, sehr gute, keine Frage, aber gerade wenn man sich diese reine KI anhört, da sind doch die Pausen sehr, sehr lang. Und auch wenn er sehr behäbig spricht, man merkt doch einen Unterschied. Und gerade in einem über zwei Stunden Dialog müsste oder würde sich das Ganze sehr viel abgehackter anhören und wäre weniger authentisch. Also dieser Discord-League, der ist so gewesen. Und natürlich, er hat dort ja auch geschildert, dass er Angst hat wegen solcher Dinge, die angeblich über ihn behauptet werden, dass er dafür irgendwann mal eingesperrt wird. Und deswegen muss er das hier kurz anreißen, auch wenn er sagt, er möchte nicht darauf eingehen. Aber dass er hier behauptet, das wäre von Hatern generiert, nein, das ist nicht so. Mails, die ich bekommen habe. Ich habe im vergangenen Monat und Anfang diesen Monat wiederholt Mails bekommen. Darunter sehr viele, die gebeten haben, dass ich weitermachen soll mit Videos und Streams. Wie viel man davon ernst nehmen soll, weiß man natürlich nicht. Dennoch kommt diese Frage aktuell oft auf. Ich habe weiterhin vor nichts zu machen. Dieser Blog ist ja ausgenommen und selbst hier kommt so gut wie nichts. So soll es auch weiterbleiben. Aber nun, nach einem Monat denke ich ist es absolut okay, wen ich das mal anspreche und über Twitter, dass es im Idealfall auch jeder mitbekommt, poste. Obwohl solche Sachen oft genug von Hatern verbreitet wird, so dass man es früher oder später ohnehin mitbekommt. Zu den Mails selbst gibt es nur wenig zu sagen. Meist war es sowas wie Bleistark Drache, wir stehen hinter dir, oder sowas wie Wer soll das bitte glauben, dass er unzählige Mails dieser Art bekommen hat, die unironisch gemeint sind? Da wird es vielleicht drei, vier versprengte Drachis gegeben haben, die sich nochmal an ihn gewandt haben und gesagt haben, versuch's doch nochmal, das will ich gar nicht abstreiten. Aber dass das so viele sind, dass er schon genervt sein muss, obwohl das ist nicht so schwierig, ihn zu nerven, halte ich für ein Gerücht. Und er spricht hier auch die Hater an und sagt, er kann ja nach einem Monat sich ruhig mal melden, das wird ja wohl in Ordnung sein, da er ja einen Monat die Füße stillgehalten hat. Aber die Hater werden das dann wahrscheinlich sowieso verbreiten, deswegen macht er das eh nur auf dem Blog und auf Twitter. Natürlich, er spekuliert darauf, dass das, was ich hier gerade tue und viele, viele andere und manche haben ja ihre Videos auch schon veröffentlicht, genau das tun. Wir haben diesen Anfangsausschnitt gesehen, den Katalea eingeblendet hat, wo er sagt, dass man den Hass schüren muss für Klicks. Ich will jetzt nicht zwingend sagen, dass er hier den Hass schürt, aber er provoziert und das wird auch gleich noch deutlicher werden, denn er weiß, darauf wird reagiert. Dieser Kanal hier beschäftigt sich nun mal mit dem Thema, Reini, und daher möchte ich euch auch auf dem neuesten Stand halten. Ich habe das schon einige Male angesprochen, natürlich ist das eine Symbiose. Kommt nichts von ihm, dann wird es hier auch weniger. Ich habe in der Vergangenheit einige Klassiker hier besprochen, da ich immer noch davon ausgehe, dass Reini sich nicht komplett zurückzieht. Würde das so sein, würde sich der Content hier auf dem Kanal auch ändern. Aber auch nur dann. Er macht es eben genauso. Um ihn wurde es jetzt ruhiger, die Leute haben nichts mehr gemacht, es kamen viel weniger Kritiker-Videos und deshalb musste er jetzt wieder was bringen, damit er in aller Munde bleibt. Aber gut. Ich möchte das jetzt mal etwas genauer ausführen, da es wie immer Gerüchte gibt, warum ich aufgehört habe. Die sichere Aussage, dass ich weitermachen werde, bevor das Jahr endet und die Gewissheit, dass ich das schon öfter versucht habe. Was immer schiefgegangen ist. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Punkt 1. Warum habe ich aufgehört? Es hat wie alles, was ich mache, mehr als einen Grund, dass ich aufgehört habe will. Der Hauptgrund und wichtigste ist, dass im letzten halben Jahr die harter Einfluss verloren haben. Es ist lange nicht mehr so schlimm wie vor noch einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich bin aktuell in Nürnberg und Umgebung unterwegs und außer zwei, drei Bilder ist nichts aufgetaucht. Er hat aufgehört, weil die Hater weniger geworden sind, weil der Hate weniger geworden ist. Als ich das das erste Mal gehört habe, ging mir so durch den Kopf, ach so, dann ist das für ihn nicht mehr lukrativ genug oder wie muss ich das verstehen? Ich bleibe dabei. Der Hate ist nicht weniger geworden. Auch wenn manche sich vielleicht zurückziehen und sagen, momentan ist mir das zu langweilig, das kann man alles verstehen, keine Frage. Andere wiederum sagen, nachdem das mit den Kindern wieder in aller Munde war, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich brauche da eine Pause von. Egal, warum jemand nicht mehr hört, nichts mehr davon wissen will, das ist ja das gute Recht von jedem und das kann man auch verstehen. Ich habe das in einem anderen Video auch schon angesprochen. Bei mir ist dieser Punkt eben noch nicht erreicht. Ich bin aber auch noch nicht jahrelang dabei. Vielleicht sähe es dann bei mir auch ganz anders aus. Muss man wirklich so sagen. Ich kann das wirklich nachvollziehen, wenn jemand nach einigen Jahren sagt, nee, also das gebe ich mir nicht mehr oder ich brauche eine Pause davon. Im letzten halben Jahr, was ist passiert? Es ist ja schon länger als ein halbes Jahr. Man kann eigentlich sagen, seit Ende September letzten Jahres, Anfang Oktober letzten Jahres, war es in der Hinsicht ruhiger um ihn, dass keiner wusste, wo er sich befindet. Er war ja rund sechs Monate versteckt, bis halt irgendwann Anfang März gelegt wurde, wo er sich befindet oder war es Anfang Februar. Und bis dato war er unentdeckt. Da war es natürlich für ihn ruhiger. Er konnte seine Internetpräsenz durchführen und hat außer Kommentaren oder Kritikervideos oder so keinen Gegenwind bekommen, weil man keine Anlaufstelle hatte. Warum will er jetzt aber, wo der Hate weniger ist, sich zurückziehen? Das macht für mich doch eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Denn eigentlich wäre doch dann die Zeit für ihn, wo er seine Internetpräsenz ausleben könnte. Dieses, der Hate wird weniger, das behauptet er ja auch schon seit Jahren und er behauptet da so viele Dinge und ich bin immer noch der Meinung, das ist nicht so. Er behauptet hier auch gerade, dass er sich zurzeit in Nürnberg befindet und dass da ja auch nichts passiert sei. Ja, was soll denn da auch passieren? Was erwartet er denn, dass die Leute ihn ständig anpöbeln oder ähnliches? Er wird da ein paar Tage was zu erledigen gehabt haben. Vielleicht braucht er auch noch Papiere, die ihm abhandengekommen sind oder so, damit er vielleicht Bürgergeld beantragen kann oder er hatte ein Date mit einem Bewährungshelfer oder, oder, oder. Aber zu dem Zeitpunkt, als er den Blog geschrieben hat, war er ja schon wieder zurück in Zobis. Und dass er hier wieder versucht, 4D-Schach zu spielen und zu sagen, ja, ich bin ja gerade unterwegs und keiner entdeckt mich, hat mich so ein ganz kleines bisschen erinnert an, ich bin gerade im Hotel, hab frische Laken, sucht mich doch oder ähnliches. Das klang so ein bisschen mit für mich. Aber wie die meisten wissen, befindet er sich schon wieder in Zobis und ja, nur weil er irgendwo gesichtet wurde in Nürnberg am Bahnhof, heißt das ja nicht, dass dann Scharen losziehen, um ihn irgendwie aufzuspüren oder sonst irgendwas. Die Leute haben halt auch was anderes zu tun. Gleichzeitig wurde ich weder angegriffen noch belästigt. Genauer gesagt, ich konnte mich so bewegen, wie es meiner Meinung nach jeder Streamer oder allgemein Person des öffentlichen Lebens möglich ist. Ich wurde klar angesprochen auf Fotos oder ähnliches. Das alles aber freundlich und höflich. Im Prinzip so, wie ich es mir anfangs immer vorgestellt habe, als das Ganze anfing. Ich bin nun schon länger am Überlegen, wie ich weiter vorgehe. Er hätte dieses in Anführungsstrichen freundliche Publikum, das ihn um ein Foto bittet oder um ein kurzes Gespräch oder so, hätte er immer haben können, wenn er sich anders verhalten hätte. Das ist auch ein Punkt, auf den ich mit Sicherheit im späteren Verlauf des Videos nochmal eingehen werde. Vieles von dem, was er hier schreibt, erinnert mich so ein bisschen an die Aussagen, die seine Kritiker, die die Haterschaft immer wieder seit Jahren trifft. Mach dies nicht, mach es doch so und so. Lass dieses bleiben, lass jenes bleiben, dann wird alles besser. Auf mich wirkt dieser Post auch ein bisschen so, als hätte er die gut gemeinten Ratschläge, die einige seit Jahren ablassen, sich mal durch den Kopf gehen lassen und hätte die hier mit eingebaut. An manchen Stellen kommt mir das wirklich so vor. Anfang des Jahres habe ich schon den Unterschied gesehen und seitdem ist es noch angenehmer geworden. Ich habe jetzt zwei Wege, die ich sehe und hoffentlich gehen kann. Einer von beiden ist, der, für den ich mich entscheiden will. Natürlich haben beide Wege Dornen, aber auch Blumen. Kurz gesagt, beide Wege sind schwer, haben aber ihre jeweiligen Vorteile. Ist er nicht philosophisch? Beide Wege haben Dornen, aber auch Blumen. Ja, das ist ganz oft so im Leben, dass es Vor- und Nachteile gibt. Und man ganz oft, wenn man eine schwerwiegende Entscheidung treffen möchte, Pro und Contra abwägen muss. Der Weg trennt sich auch nochmal in zwei Wege. Der eine führt zu dem anderen Weg zurück. Der zweite geht den zweiten Weg weiter. Verwirrend? In meinem Kopf klingt es immer besser, aber ich weiß natürlich auch, was ich meine. Also versuche ich mal mit einem Weg anzufangen. Weg ein ganz aufhören. Der einfachste Weg für mich, auch wenn es aufgrund meiner Schulbildung so wie meiner jahrelangen Abwesenheit vom allgemeinen Arbeitsmarkt ist, macht es diesen auch schwer. Vorteil für mich, ich kann ein für alle Mal aus dem öffentlichen Leben aussteigen. Für mich auch mit dem Schrecken, der mich erwartet sehr viel verlockender. Das bedeutet, ich kann vielleicht in einigen Jahren wieder unbehelligt herumlaufen und mein Leben normal führen. Vielleicht irgendwann sogar wirklich doch noch eine Familie gründen, meine Kommune vorantreiben oder einfach einen Weg einschlagen, den ich jetzt noch gar nicht sehen oder bedenken kann. Genau das, was man dir seit Jahren sagt. Er soll sich zurückziehen, er soll dann eine ganze Weile abwarten, abtauchen, in Anführungsstrichen, sprich sich komplett aus dem Internet zurückziehen und dann ebbt das immer näher ab. Ob das wirklich der Weg ist, den er gehen möchte, ja dieser Post lässt daran zweifeln. Zumindest löst das bei mir Zweifel aus, denn es war ja jetzt wirklich in den letzten Tagen etwas ruhiger geworden. Vielleicht ihm zu ruhig, denn mit diesem Post holt er natürlich wieder all jene hervor, die an dem Geschriebenen etwas zu kritisieren haben. Scheinbar ist es ihm doch zu ruhig um seine Person. Er beschreibt hier zwar, dass er das genießt, aber ich kann das nicht wirklich glauben, denn dann wäre dieser Blogpost nicht entstanden und er hätte einfach weiterhin die Füße still gehalten. Denn mit jedem Mal, wo er sich öffentlich meldet und das muss kein Stream und das muss kein Video sein, aber wo er sich öffentlich an andere wendet, muss er damit rechnen, dass das Ganze wieder hochkommt. Und wenn er wirklich auf diesem Weg, den er gerade beschreibt, zwei Schritte gegangen ist, dann ist er jetzt schon wieder drei zurück. Das wäre vermutlich das Beste für mich persönlich. Damit würde aber auch mein Traum sterben, mich aktive gegen Mobbing einzusetzen. Natürlich würde ich dennoch versuchen, weiter etwas Gutes in der Welt zu bewirken. Doch meine Möglichkeiten sind dann deutlich eingeschränkter. Für solche Aussagen könnte ich ihn wirklich immer schütteln. Ich weiß, dass er sich für den Anti-Mobbing-Jesus hält und glaubt, er hätte da immer für gestanden. Oder zumindest möchte er den Leuten das weismachen. Und da kommt es mir wirklich hoch. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Denn in meinem letzten Video habe ich besprochen, wie er auf Axel reagiert hat, als Axel damals von seinen Süchten erzählt hat. Und wir haben Reini von einer seiner widerlichsten Seiten erlebt und haben gesehen, wie er versucht hat, Axel zu demütigen, zu mobben, auf die wirklich schlimmste Art und Weise. Er hat noch nie etwas für Mobbing-Opfer getan. Mal abgesehen davon, dass er ja keins ist, sondern er wäre gerne auf der anderen Seite vom Zaun und er wäre gern der Obermobber. Aber er setzt sich ja nie ein. Er hat zwar auch schon Gelder dafür gesammelt und die hat er für was weiß ich was ausgegeben, zu seinem eigenen Nutzen, zu seinem Zeitvertreib für seine Triebe und so weiter. Aber er hat noch nie wirklich etwas für jemanden getan, der gemobbt wird. Seine Definition von Mobbing, die würde ich wirklich gerne mal ausführlich hören. Denn irgendwie scheint er da was misszuverstehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weg 2 in einem Jahr zurückkehren Als erstes muss ich zu diesem Weg sagen, es ist natürlich der von beiden schwerste. Allerdings werde ich mich für den Weg ohnehin nur entscheiden, wen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und das gilt sehr wahrscheinlich sogar nach dem Ablauf des Jahres am 1.1.2025. Darunter zählen mitunter, dass die Telegram-Gruppen wie Schanzenwatch-Podcast und Drachenlord-Telegram sowie andere größere und kleinere harter Gruppen, die gegen mich arbeiten, verschwinden oder gelöscht wurden. Mit verschwunden meine ich inaktive. Lieber wäre mir gelöscht. Sollten diese allerdings wieder auftauchen, würde ich mich direkt wieder zurückziehen und dann zu 90% für immer. Das war mit der andere Weg beim Beschreiten des zweiten Weges gemeint. Der Weg würde sich an diesem Punkt spalten und führt zurück zum Weg, wo ich aussteige. Es müssten harter Kanäle wie Eule gegen Mobbing, bzw. alles von Inge, Ofenkilse, Kloner und andere Kanäle auf allen Plattformen, YouTube, Twitter, TikTok etc., gelöscht werden und oder inaktiv sein. Auch hier gilt natürlich, sollte es wieder dazu kommen, dass diese sich reaktivieren oder in dem Ausmaß neue auftauchen, bin ich sofort weg. Ob er weiß, dass er gar nicht in der Position ist, solche Forderungen zu stellen, das ist ja auch gar nicht machbar. Sehen wir das Ganze mal realistisch. Selbst wenn einige jetzt sagen, oh nee, wenn der nur alle Jubeljahre irgendwas macht, habe ich keinen Bock mehr, ich konzentriere mich auf anderen Content. Okay, aber er wird das nicht schaffen, dass die sich alle auflösen oder irgendwelche Gruppen. Natürlich werden die weitermachen. Oder hat er sich hier erhofft, weil auch das gab es ja schon, dass seine paar versprengten Drachis jetzt losziehen und versuchen, all diese Kanäle, all diese Gruppen wegzumitteln. Die sollen ja inaktiv sein, am besten sogar gelöscht. War das so ein versteckter Aufruf oder traue ich ihm hier wieder zu viel zu? Denn er hat ja auch schon öffentlich dazu aufgerufen, dass seine Leute solche melden sollen, Kanäle melden sollen. Und es gibt ja auch jetzt immer noch von Zeit zu Zeit einige Kanäle, die da noch mit zu kämpfen haben, die permanent gemeldet werden und solche Dinge. Das gibt es ja leider immer noch. Und es gab ja auch, war es Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, diese Bannwelle, wo sämtliche Restreamer verschwunden sind und auf andere Plattformen ausweichen mussten und so ähnlich. Er wird das nie schaffen, nicht alleine und auch nicht mit seiner kleinen Anhängerschaft, wirklich alle Kanäle wegzubekommen. Vielleicht denkt er sich aber auch, die Hater-Kanäle machen das jetzt, meddeln sich selber weg bzw. löschen sich und denken sich, wenn er dann irgendwann wieder aktiv wird, dann können wir uns das ja neu aufbauen. Nein, das wird auch keiner machen. Warum denn auch? Der eine oder andere wird mit Sicherheit auch Content finden, wenn es bei Reini ein bisschen ruhiger ist, womit er die Leute unterhalten kann. Viele machen das nur als Hobby und genießen vielleicht auch mal, dass sie nicht alle ein bis zwei Tage ein Video raushauen müssen, weil sie eben noch einem Job nachgeben, weil sie natürlich ein Privatleben haben. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was er damit versucht, dass das völlig utopisch ist und absolut keinen Sinn macht und niemals so eintreten wird. Würde er sich wirklich komplett zurückziehen? Ja, dann würden natürlich diese Hater-Gruppen und Kanäle verschwinden bzw. sie würden sich mit anderen Dingen beschäftigen. Aber das erreicht er nicht, indem er sich da jetzt hinsetzt und irgendwelche Forderungen stellt. Das wird so nicht passieren. Andere Voraussetzungen wären mitunter, dass ich meinen YouTube-Kanal zurückbekomme oder die Möglichkeit, mir einen neuen zu erstellen. Ich würde gerne versuchen, wen die Hater sich soweit erledigt haben, auch Sponsoren zu bekommen. Ich habe einige Ideen und Pläne für zukünftige Projekte, die ich ohne finanzielle Mittel nur schwer oder gar nicht verwirklichen könnte. Selbst wenn es keine Haterschaft mehr gäbe, würde er keine Sponsoren bekommen. Er würde keine Sachgegenstände zur Verfügung gestellt bekommen, um dafür Werbung zu machen. Da er eine Person ist, die größtenteils verachtet wird und er ist gar nicht dazu in der Lage, ein Produkt zu präsentieren, da wirklich auf die grundlegenden Dinge einzugehen. Wenn man sich damals an dieses Huawei-Handy erinnert, wo er ja behauptet hat, das wäre ein Produkt, das ihm zugeschickt worden ist, damit er das in einem seiner Videos vorstellt, das war so schlecht, das war so schlecht. Ich glaube, das könnte jedes Kind besser machen. Da ist er ja auf nichts eingegangen, außer, dass er Aufkleber mag oder ja, Sticker waren es, ne? Nein, also, dass er immer wieder Geld braucht für irgendwelche Fantasien und Luftschlösser, die er da sich in seinem Kopf zusammenbraut, das kennen wir ja auch schon. Da kommen die wildesten Ideen zum Vorschein, wenn man daran denkt, was er schon alles probiert hat oder auch die Sache mit der Kommune. Und natürlich, er versucht oder glaubt tatsächlich, wenn er schalten und walten kann im Netz, wie er möchte, dass dann die großen Aufträge herankämen. Und nein, das würden sie auch dann nicht, weil er müsste sich dafür um 180 Grad drehen. Er müsste sich weiterbilden und ja, wie es darum steht, das wissen wir auch. Daher diese Bedingung Voraussetzung, ich würde theoretisch schon morgen wieder einsteigen, wen die Bedingungen erfüllt wären. Allerdings würde ich schon gerne für den Rest des Jahres mich zurückziehen. Ich habe die letzten zehn Jahre mehr als genug Mist erlebt und will erstmal für mich sein und mich auf mich konzentrieren. Außerdem genieße ich es einfach mal keinen Stress zu haben, dass ich an Streams oder Videos etc. denken muss. Punkt 2. Ich komme sicher wieder. Ich weiß, dass viele das denken und viele das auch als 100% sicher darstellen. Es ist alles andere als sicher. Ich selbst schätze die Wahrscheinlichkeit allerdings eher auf 30% ein. Vielleicht 50% unter Berücksichtigung der Vorausgesetzt, die oben genannten wurden. Hier widerspricht er sich doch auch schon wieder. Hat er nicht eben gesagt, wenn alle Haterkanäle und Gruppen verschwunden wären, dann würde er schon morgen wiederkommen? Wahrscheinlich denkt er wirklich, dass seine kleine Schar von Anhängern lospreschen wird. Juhu, der soll wiederkommen, der soll morgen wieder da sein und wir hauen jetzt alles weg. Gehen wir mal davon aus, von diesem utopischen Gedanken, das würde so passieren, dann wären auch am gleichen Tag wieder neue Kanäle da. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wo nimmt er diese Zahlen her? 30%, 50%, 90%. Ach, er sollst du einen verlassen, mit Zahlen zu jonglieren. Das wird doch sowieso nichts. Er hat eben auch davon gesprochen, eine der Voraussetzungen wäre, dass er seinen YouTube-Kanal zurückbekommt. Mhm. Ja gut, das wird nichts. Das wissen wir auch. Da müssten sich ja dann, oder vielleicht erhofft er sich, dass sich auch da Leute für ihn in irgendeiner Art und Weise einsetzen. Und das vielleicht von YouTube fordern. Ich habe keine Ahnung, wie er sich das Ganze vorstellt. Aber hat er nicht, war es im letzten Blogpost, also in dem davor, wo er gesagt hat, er möchte gar nicht mit einer Plattform zusammenarbeiten, die den Hatern die Möglichkeit gibt, zu mobben. Und dass er da überhaupt keinen Wert drauf legt, dass er da über den Dingen steht. Also diese Widersprüche immer, ne. Aber man kennt es ja nicht anders. Also irgendwie ändert sich nichts. Er sagt ja auch, dass er ja eigentlich bis Ende dieses Jahres Ruhe haben möchte. Dass er das genießt, dass er sich nicht um Streams und nicht um Videos kümmern muss. Das kann verschiedene Ursachen haben. Entweder ist es wieder ein Bärchen am Start. Oder aber er hat momentan wieder Spiele, die er suchtet. Und wo er gerade nicht die Absicht hat, das zu beenden oder dafür weniger Zeit aufzuwenden. Es könnte aber auch sein, dass er wieder irgendein utopisches Projekt plant, von dem noch keiner was weiß. Wobei, dann hätte er das sehr wahrscheinlich hier angeteasert. Er sagt zwar, er hat viele Ideen, aber ob das so, das ist alles noch so schwammig, ne. Wie ich in Punkt 1 schon angesprochen habe, sehe ich aktuell die beste Chance seit 10 Jahren auszusteigen, da es ruhiger wird und wurde. Vermutlich wird das hier wieder als Vorwand benutzt Stress zu verursachen, aber ich sehe, wie es hinter den Kulissen aussieht. Immer mehr harter steigen aus. Einige haben aktuell ernsthafte Probleme mit den Gesetzen aufgrund ihrer jahrelangen ausschweifenden Jagd auf mich. Ich sehe, was alles passiert ist und was bald alles noch passieren wird. Oh, hat Raini wieder seine Glaskugel rausgeholt? Er sieht, was hinter den Kulissen passiert. Viele Hater haben Probleme mit dem Gesetz, weil sie ihn gejagt haben. Komisch, ich weiß da nichts von. Also, es gibt einiges, was so durch die Gegend rumort ist. Da wurde einiges eingestellt und so weiter. Oder meint er hier das jüngste Ereignis, wo er die Polizei gerufen hat, weil Malte und Guido da vor der Schanze 2.0 gestreamt haben? Das sind aber nicht alle Hater. Und mir ist momentan kein Fall bekannt, wo da irgendjemand Probleme mit dem Gesetz hat. Er sagt hier jetzt auch wieder und er sieht auch, was da in Zukunft noch alles passieren wird. Das hat er Anfang des Jahres schon mal getan mit diesem fürchterlichen Video, in dem er sich die Hände gerieben hat und so irre gekichert hat und gesagt hat, ich weiß, was auf euch zukam. Und dann kam der dicke Knall, aber nicht für die Haterschaft, sondern für ihn selbst. Deswegen wäre ich an seiner Stelle mit solchen Aussagen vorsichtig, denn normalerweise geht die ganze Sache dann immer nach hinten los und da muss auch kein anderer was für tun. Das schafft Reini dann immer alleine, dass er quasi implodiert. Und die Zukunft sieht für mich rosiger aus, damit ich wirklich ausstiegen kann. Sicher, auch wenn ich dauerhaft raus bin, bleibe ich sicher noch lange im Fokus, aber ich sehe, dass der Fokus von mir schon jetzt abfällt. Worüber ich sehr froh bin. Ich weiß, die meisten glaubt, dass ich die Aufmerksamkeit liebe, aber das war nie der Fall. Wen einem jeder auf die Finger schaut, kann man sich nicht frei bewegen oder entfalten. Und ich habe auch über die das Jahrzehnt gemerkt, dass es meiner Kreativität stark geschadet hat. Und dass er die Aufmerksamkeit nicht liebt, das kaufe ich ihm auch nicht ab. Und auch dieser Post hier ist wieder ein Ruf nach Aufmerksamkeit. Es ist ihm selber zu still um sich geworden. Und das ist etwas, was er nicht abkann, weil dann kann er nicht irgendwann zurückkommen und kann sagen, ich war lieb, ich war ruhig und die Hater haben trotzdem Radau gemacht. Das ist doch sein einziges Ziel. Er möchte, dass auf ihn reagiert wird, damit er irgendwann zurückkommen kann und sagen kann, ich habe nichts gemacht, aber die anderen. Weil es ja immer so ist. Da wird gespiegelt, um dieses Narrativ aufrecht zu erhalten. Schon scheint sie langsam zurückzukehren. Ich habe ein neues Buch angefangen, zum Thema Fantasy und Drama. Ein Genre, was ich in der Kombination auch noch nie geschrieben habe. Werde ich also wiederkommen? Ich will es nicht ausschließen, besonders, wen das, was mir wichtig wäre, klappen würde, wie in Weg 1 und 2 zusammengefasst ist. Also das Verschwinden von harter Telegram oder meine Rücken auf YouTube. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wen ich einen Job finde, bei dem ich arbeiten kann und halbwegs gut verdiene, dazu meine Bücher und anderen Dinge, die ich gerne mache, im Privatleben klappen, dann bin ich vermutlich für immer raus. Vermutlich ohne mich jemals umzudrehen. Und ich muss sogar sagen, dass mich das deutlich mehr reizt, als die Idee zurückzukommen. Die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre werden schwer, auch weil ich nahezu alles verloren habe, von Familie und Freunden bis hin zu meinem Zuhause. Er hat nicht eben gesagt, seine Zukunft wird rosig aussehen, als er da in die Kristallkugel geguckt hat. Er sagt hier, dass er, wenn er einen Job findet, in dem er so viel verdient, dass er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und so ein paar kleine Dinge nebenbei machen kann, wie an seinen Büchern schreiben oder so. Also, das wäre für ihn so das erklärte Ziel und dann würde er auch nicht zurückkommen. Seit mehr als zehn Jahren bekommt er dieses immer wieder gesagt. Geh einer geregelten Arbeit nach. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, sich hochzuarbeiten, aber wir wissen, Reini hat die Arbeit nicht erfunden. Er wird das auch nur einige Tage durchhalten. Jetzt mal abgesehen von seiner körperlichen Verfassung. Er erträgt es nicht, wenn jemand über ihm steht und ihm sagt, was er zu tun hat. Das geht nur wenige Tage, vielleicht eine Woche gut. Dann wirft er das Handtuch. Da bin ich mir sicher. Mal ganz abgesehen von Strukturen, von Zeiten, an die er sich zu halten hat und eben, dass ihm jemand sagt, du hast das und das zu tun und dieses Pensum ist heute zu schaffen. Das geht nach hinten los. Das kann er nicht. Das hat er nie wirklich gelernt. Und er ist auch nicht bereit, diesen wirklich steinigen Weg zu gehen. Der aber, und das muss ich mal ganz klar sagen, eine gute Lösung wäre. Und wenn er dann in seinem stillen Kämmerlein an seinen komischen Geschichten und Büchern schreibt, ich rede jetzt nicht an diesen widerlichen Geschichten, aber hier ist irgendwie Fantasy-Drama das Thema. Ja, soll er doch machen. Das juckt doch keinen, ob der eine Geschichte schreibt, ein Buch schreibt oder nicht. Wir wissen ja auch alle, wie das immer aussieht. Soll er machen. Er soll auch, wenn er dann Feierabend hat und Freizeit hat, meinetwegen zocken oder anderes. Er sagt hier auch, er hat ja alles verloren. Haus, Hof, Familie. Es ist noch nicht lange her, da hat er noch gesagt, er würde alles wieder so machen, um seinen Weg gehen zu können. Scheinbar, zumindest deutet er das hier so an, fand er die Entscheidung doch nicht so gut. Ich glaube nicht, dass er jemals wieder an ein Grundstück und ein Haus kommen wird. Selbst mit geregelter Arbeit nicht, wenn er das durchziehen würde. Aber er könnte sich irgendwann eine Wohnung nehmen, eine richtige Wohnung und könnte ein verhältnismäßig normales Leben führen. Der wird dann auch keine großen Sprünge machen können. Aber das wäre möglich, aber dazu müsste er eben den Weg der Lohnarbeit gehen. Und da sehe ich persönlich sehr, sehr schwarz. Es wäre ihm aber zu wünschen und dann wirklich Adieu Internet zu sagen. Vielleicht hat er dann wirklich noch eine Chance. Vielleicht würde er sich dann auch körperlich ein wenig verändern. Würde vielleicht etwas gesünder werden und hätte dann vielleicht auch noch was von seinem Leben. Aber auch das ist alles sehr, sehr hoch gegriffen von mir jetzt. Aber muss man sagen, würde er diesen Weg einschlagen, er würde sich wundern, wie ruhig es um ihn werden würde. Denn daran gibt es nichts zu kritisieren. Und wenn er dann wirklich im Internet nicht mehr provoziert, nichts mehr sagt, keinen Mist mehr raushaut, keine utopischen Aussagen über Kinder oder andere Abartigkeiten, dann hat er seine Ruhe. Dennoch ich baue mir alles wieder auf und wen ich dafür den Rest meines Lebens brauche. PS, eine Plattform, Job, auf der Heuchler wie Gronkh und andere angebliche Gutmenschen sind, aber dann gegen mich schießen, wo sie das sonst nie machen. Danke, aber nein danke. Punkt 3. Du kommst wieder wie immer es stimmt. Warum schießt er jetzt hier gegen Gronkh? Und war das auch ein Schuss gegen YouTube? Eine Plattform, wo die sich tummeln und gegen ihn schießen, obwohl sie es sonst nie tun. Also Gronkh hat in den letzten Monaten ein paar Mal so kleine Spitzen gesetzt. Ja, das war aber nie was wirklich Schlimmes. Ich glaube, Reini ist immer noch genervt von der Aussage, die Gronkh zur Kommune getroffen hat. Und ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass dieses Luftschloss Kommune, dass das dermaßen gescheitert ist, wo er das für eine solch grandiose Idee gehalten hat, dass ihn das immer noch stark trifft. Eben auch, dass sein ehemals großes Idol sich dazu geäußert hat und gesagt hat, das kann so nichts werden. Und das noch nichtmals irgendwie mit bösen Tönen. Dadurch, dass er das aber immer und immer wieder erwähnen muss, bin ich mir sicher, dass das miteinander zu tun hat. Er möchte auf jeden Fall zurück zu YouTube. Und ich weiß nicht, wie da sein Kopf arbeitet. Ich habe das eben bei den Voraussetzungen auch schon mal gesagt, die er da genannt hat. Die Regeln, die er aufstellt mal wieder. Was alles passieren muss, damit er wiederkommt. Eben auch das Zurückerlangen seines YouTube-Kanals beziehungsweise, das ist ja gar nicht möglich, aber dass er sich irgendwann einen neuen erstellen darf. Auch das ist utopisch. Und um das eventuell einzuklagen, ja, da müsste er auch wieder Geld haben. Und wenn er das nicht von seinen Spendern erhält, wenn er sich zurückzieht, ja, wo soll er es hernehmen? Denn selbst wenn er wirklich arbeiten gehen würde, würde er das Geld für einen Anwalt wahrscheinlich nicht aufbringen können. Und sich das zusammensparen, ja, das wird er auch nicht machen, denn das Geld muss ja immer direkt zum Fenster raus. Ja, wahrscheinlich spricht er hier irgendwelche Sozialleistungen an. Er hat halt auch gemerkt, dass seine Einkünfte in der letzten Zeit eingebrochen sind. Was natürlich auch daran liegt, dass er wenig gemacht hat, aber auch seine letzten Streams waren ja nicht von Erfolg gekrönt, die Einnahmen dort. Und vielleicht mit Uwes Hilfe und dem Zuspruch von Uwe und vielleicht auch einigen Erklärungen, Erklärungen, denkt Rheini sich jetzt, gut, dass zum Beispiel Bürgergeld, das habe ich dann sicher. Die bezahlen dann auch meine Miete. Und alles, was dann dabei sonst noch rauskommt, das habe ich dann für mich. Ich denke mir, dass er das momentan als Option sieht, weil dabei eventuell mehr rauskommt, als bei seiner Bettelei und seinen Matches. Wie gesagt, die letzten Streams waren ja nicht so besonders erfolgreich. Genauer gesagt hat schon das ganze Jahr 2024 auf mich diesen Eindruck gemacht, dass es Zeit wird. Jetzt sehe ich diesen Weg sehr klar auf mich zukommen und ich bin bereits die ersten Schritte darauf gelaufen. Gerollt, der Weg des Influenzers führt immer noch neben mir entlang, dass ich ihn weitergehen kann. Noch trennen sich diese Wege nicht, aber ich bleibe fürs Erste auf dem Weg, der zurück in mein Privates Leben führt Dieses Influencer, das kriegt er auch nicht aus seinem Kopf. Er war nie ein Influencer. Er war jemand, der im Internet aktiv war, der gestreamt hat, der Videos hochgeladen hat, aber kein Influencer. Solange er immer noch glaubt, er wäre je einer gewesen, wird dieser Weg auch neben ihm herlaufen. Ich nehme jetzt mal seine Worte und wahrscheinlich werden diese Wege privat leben und dieser Weg möchte gern Influencer sich ganz, ganz bald wieder kreuzen. Wenn er von dieser Idee nicht abkommt, er war einfach nur ein Dulli, der im Internet sein Glück versucht hat und grandios gescheitert ist, der im Grunde genommen alles falsch gemacht hat, was man nur falsch machen kann, wenn man eine solche Internetpräsenz, Internetkarriere in Anführungsstrichen anstrebt. Ich sehe aber auch schon in der Ferne die Entscheidung, auf mich zuzukommen. Schlusswort, ich habe natürlich den Gedanken, dass ich Genre weitermachen würde, ich habe zwölf Jahre meines Lebens in mein Lebenswerk gesteckt, auch wenn es nie geklappt hat, was ich wollte. Lebenswerk, wie viele Lebenswerke hat Reini denn? Die Kommune sollte ein Lebenswerk sein, seine Internetpräsenz ist auch ein Lebenswerk. Also es gibt Menschen, die werden dafür auch prämiert, bekommen einen Preis für ihr Lebenswerk, die haben dann auch etwas geleistet, die haben dann etwas vorzuweisen. Ob das dann jeder mag, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber er, sein Lebenswerk oder das, was er als Lebenswerk bezeichnet, mit seiner Präsenz im Internet, die hat, das Lebenswerk hat doch nur zum Ruin geführt. Es hat ihn komplett ruiniert, beziehungsweise er hat es ruiniert. Ihm bleibt doch gar nichts mehr. Wenn er komplett aus dem Internet verschwindet, dann hat er noch nicht einmal mehr das bisschen Aufmerksamkeit, das er bekommen hat, wenn er irgendwas rausgehauen hat. Die Aufmerksamkeit wurde immer größer, wenn da irgendwas Unmögliches kam, was Abartiges kam, dann wurde die wieder größer oder wenn er geraged ist. Das war doch wirklich das Einzige, was ihn in Anführungsstrichen am Leben gehalten hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen Weg nicht wieder gehen wird. Kann ich nicht. Auch wenn ich sagen muss, wenn er es tut, Hut ab, dann hat er endlich die Kurve gekriegt. Aber es wird langsam auch Zeit, weil mit Mitte 30 sollte man so ganz klein bisschen wissen, in welche Richtung sein Leben geht. vielleicht ist die Welt noch nicht bereit, etwas gegen Hass, Mobbing und Diskriminierung zu unternehmen. Dennoch, wen das, was ich gesagt habe, nicht erfüllt, wird es keine Rücken von mir geben. Es müssten schon endlich mal alle mit einsteigen, gegen Intoleranz anzugehen. Wen aber sogar Leute wie Gronkh und andere große Streamer sich lieber dem Hass hingeben, als gegen ihn zu stehen, ist die Hoffnung wohl längst verloren. Also es wird viel für Toleranz generell getan und gegen Mobbing und es gibt Institutionen, die da kämpfen. Allerdings ist er von all dem ausgeschlossen und wir wissen alle, woran das liegt. Das liegt an ihm und wenn er das nicht begreift, wird er im Leben nie klarkommen. Er ist kein Mobbing-Opfer, er ist auch niemand, der sich für irgendwelche Leute stark macht oder besonders tolerant oder sonst etwas ist. Er ist eigentlich jemand, der nur die kleinste Schwachstelle bei einer anderen Person sucht, um diese dann fertig zu machen und um sich selber in eine Machtposition zu begeben. Denn das ist eigentlich das, was er anstrebt, dass er Macht hat. In dieser Hinsicht ist er auch sehr erfolgreich gescheitert. Mein Traum war es, mit allen Streamern und Leuten der Öffentlichkeit etwas gegen Hass zu unternehmen, dass jeder, auch Schüler und Arbeiter privat, beruflich ihr Leben ohne Mobbing, Hass und Diskriminierung leben können. Doch das scheint sich nie zu erfüllen. Wir sind Wir sind Jahr 2024 und kaum wieder als 1924 oder noch früher. Wir haben uns kaum weiter entwickelt und gerade, wen ich die Jugend sehe, wie sie einander angreifen oder behandeln, ist die Hoffnung vermutlich längst erledigt. Respekt ist tot. Es gibt immer wieder Dinge, auf die wir stoßen, in den Medien oder auch privat, dass es zu Auseinandersetzungen kommt, dass es zu Mobbing kommt, dass es zu Intoleranz kommt und das wird auch immer so bleiben. Denn es gibt einfach viel zu viele Menschen, die ein Stück weit wie Reini ticken und die solche Dinge auch auslösen. Selbst wenn die ganze Welt friedlich wäre, dann würde Reini sein Charakter nicht ändern oder würde sich dem anpassen, dass alle in Frieden leben. Niemals. Denn er würde immer etwas zu kritisieren finden an den Menschen und sobald nur irgendeiner Müh Widerspruch erhebt gegen irgendetwas, Reini sagt, ist das sowieso direkt wieder Mobbing und Intoleranz. Und ich bin mir immer noch sicher, ich habe das zu Anfang des Videos gesagt, die Definition von diesen ganzen Worten, mit denen er da um sich schmeißt, für die er gern stehen würde, wofür er gern mit all den großen Influencern, Streamern und Leuten des öffentlichen Lebens gekämpft hätte. Diese Definition, die kann er gar nicht fassen, die kann er gar nicht begreifen. Ich habe keine Ahnung, das sind Worte, die er irgendwann mal aufgeschnappt hat. Okay, wenn man behauptet, man kämpft für so etwas, dann ist das etwas Gutes. Aber das hat nichts mit seinem Verhalten und seinem Leben zu tun. Und er hat noch nie nur ein Anzeichen gezeigt, dass er wirklich etwas in der Welt verändern will, etwas zum Positiven verändern will, was für alle gut wäre. Leranz auch genau wie jede Form von freundlicher und höflicher Umgangsform. Das ist der Grund, warum ich weiter sehr von der Idee angetan bin, wieder ein anonymes Leben zu führen. Ich wieder alles machen kann, was ich machen können wollte, auch wenn ich dann mein Hobby, was mein Beruf war, so nicht mehr ausüben kann. Ob ich nie wieder komme, sollte ich mich dafür entscheiden, nach dem Jahr nicht wieder einzusteigen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich glaube viel mehr, dass er wirklich um Aufmerksamkeit bettelt mit diesem Post und dass er vielleicht auch auf Nachrichten hofft, von denen er vorhin berichtet hat, von Mails, wo er gebeten wird, ach mach doch wieder was und wir vermissen dich so und wir brauchen dich doch und wir wollen mit dir zusammen kämpfen und stehen hinter dir und oh du großer Reini, so wirkt das Ganze auf mich. Kaum über den heutigen Tag hinaus sehen und will ich auch nicht. Die Zukunft ist frei, die Vergangenheit liegt hinter mir. Nachtrag an den Anzeiger Typ. Ich habe zwölf Jahre YouTube gemacht. Ich wollte niemals harter und ich wollte nur ein entspanntes Leben. Die Aufmerksamkeit hätte ich mit Freuden abgelehnt, wen ich meinen Beruf ohne diese machen könnte. Ich möchte hier gar nicht auf den Anzeigen Hauptmeister an sich eingehen, sondern nur auf das, was er hier sagt oder was für Tipps er weiter gibt. Ich weise noch wo er erklärt, wie das mit dem Hass generieren funktioniert, dass das Klicks macht, egal ob positiv oder negativ, aber das bringt Klicks und Klicks bringen die Kohle. Er sagt hier, er hat das zwölf Jahre lang nicht gewollt und hat nie Aufmerksamkeit gewollt. Wenn das wirklich stimmen würde, dann würde dieser Post, über den ich hier gerade spreche, nicht existieren. Lass mich bitte aus deinen Aktionen raus. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, der auf zwölf Jahre Erfahrung passiert. Du solltest dir genau überlegen, ob es das wert ist. Ich empfehle dir, dass du aufhören solltest, solange das noch geht. Falls das überhaupt noch möglich ist. So ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Hier noch ein Tipp an die andere Person, dass es noch geht. Das geht jeder Zeit. Man kann jeder Zeit aus so etwas herausbrechen, aussteigen. Man muss sich einfach nur zurückziehen oder mit dem aufhören, was man da gerade tut, was diese Aufmerksamkeit erregt. Er bittet hier jetzt auch noch um Kommentare und sagt, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr du und womit sie dann auch recht hatten, ist auch niemand wie er, aber das ist ja nicht positiv gemeint. Und es gibt ja solche Leute, die das unironisch schreiben, das sind nicht viele, zum Glück, aber es gibt natürlich auch Leute, die das Ganze wieder anfangen wollen, da könnte das natürlich auch passieren, dass er da Kommentare bekommt, die natürlich nicht ernst gemeint sind. Ich bin damit Drache Ja, ich habe es am Anfang angeteasert, Widersprüche mit Zeiten, ob und wann er zurückkommt und zu wie viel Prozent da sein wird. Es gab die Provokationen in die Richtung der Hater, aber auch in die Richtung von Streamern, von Gronkh. Spitzengesetz gegen YouTube, mal wieder viele Lügen, wie zum Beispiel das mit dem Discord-League, ganz viel utopischer Kram. Nichtsdestotrotz sollte er das packen und sich wirklich in ein Privatleben zurückziehen, einer geregelten Arbeit nachgehen und sich eine kleine, aber feine Welt um sich herum aufbauen mit eigener Wohnung, vielleicht sogar irgendwann nach Freundin, wer weiß das schon. An Kinder möchte ich hier nicht denken, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann sei es drum. Er hat dann zwölf Jahre Mist gebaut und hat das dann irgendwann gecheckt. Sollte, wie gesagt, was total utopisch klingt, weil wir ihn ja nun über ein Jahrzehnt erlebt haben und auch seine Entwicklung erlebt haben. Er wurde ja das stand für ihn ja immer völlig außer Frage. Er weiß schon, ob er das hinbekommt. Momentan bin ich auf dem Standpunkt, macht er so nicht und er kommt irgendwann wieder. Diese Pause kann viele Gründe haben. Den, den ich favorisiere, ist immer noch der, dass Uwe ihm gesagt hat, so, pass mal auf, ich rechne dir das mal durch. Wenn du nichts mehr da machst, hast du irgendwann Anspruch auf damit kommst du aus und du musst nichts dafür tun und kannst tun und lassen was du willst für dich selbst. gut sein, weil streamen ist momentan schwierig, die Gefahr, dass dann Besucher kommen, ist dann einfach wieder groß und dass es da vielleicht zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kommt oder so. Vielleicht hat auch Uwe ihm da gesagt, so, pass auf, du kannst hier bleiben, ich unterstütze dich, ich helfe dir in gewissen Dingen, aber sorg dafür, dass hier niemand mehr hinkommt. Das kann natürlich auch sein. Wir werden sehen, was die Reini Zukunft bringt, die ja in seiner Kristallkugel so rosig aussah, auch wenn der Weg so steinig ist. Ich wünsche euch einen unsteinigen Wochenstart, verabschiede mich dann jetzt, habt einen schönen Tag, lasst euch ein bes Vielen Dank.